Aber danach kommt noch eine Bühne, da ist noch so eine kleine Bühne, wo sie mal die mitnehmen. Aber die meisten Gäste, die Kinder haben eben diese Zimmer wegen dem Momo-Club, die können dann die Kinder durch, oder die Segler, die haben sogar gerne durch. Das heißt, die Kinder können die genau von Mama und Papa hier verrufen werden. Das ist jetzt mit der Direktlinie, ja? Und ich muss heute, ich war noch ein bisschen so weg, wenn ich mache.